Ich habe gerade nur mal gefragt, wie spät wir es haben, weil meine Uhr ist weg. Ich habe nur den noch hier. Ja, wir haben noch Zeit. Viel Zeit, das ist gut. Viel Zeit ist immer gut. Es ist ein Titel relativ neu. Der letzte Titel war von 1972. Der jetzt kommt, ist von 1903. Quatsch. Der ist von 2000, glaubt es oder glaubt es nicht, 2019. 19. Das heißt, wir spielen ihn zwar heute schon, ist aber eigentlich im 2019 erst wirklich fertig. Okay. Was wir jetzt spielen, ist das, soweit haben wir es. Demo. Was wir dann vielleicht nächstes Jahr spielen, das kommt noch dazu. Können wir heute noch nicht bringen, weil es ist uns auch noch nicht eingefallen. Das heißt, wir haben Zeit. Wir haben wieder mal Zeit und das ist gut. Ja, fair enough. Ja, fair enough. Fantastisch. Ja, fair enough. CORON. Das war's. 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 Gut, dass wir Zeit haben, ne? Das ist gut, ja. Das war's. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018